Die Top 6 Besten Produkte, Original iPhone Kopfhörer mit Kabel Ich bin begeistert von diesen hochauflösenden In-Ear-Kopfhörern. Der Extra Bass sorgt für ein tolles Hörerlebnis und die Geräuschisolierende-Funktion lässt mich komplett in meine Musik eintauchen. Das Mikrofon ist sehr praktisch für Anrufe und ich kann die Lautstärke einfach mit dem Regler anpassen. Die Kopfhörer sind leicht und passen perfekt in meine Ohren. Außerdem kann ich sie nicht nur für mein iPhone, iPod und iPad nutzen, sondern auch für meinen MP3-Player von Huawei oder Samsung. Der 3,5 mm Klinkenstecker ist einfach zu verwenden und ich kann diese Kopfhörer allen Musikliebhabern wärmstens empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit diesen Symphonie-Z-iPhone Kopfhörern. Die Soundqualität ist unglaublich klar und kommt mit einem großartigen Bass. Sie passen perfekt in meine Ohren und sind sehr bequem zu tragen, sogar nach stundenlangem Gebrauch. Das Kabel ist haltbar und stark genug, um tägliche Abnutzung standzuhalten. Ich schätze auch die Lightning-Anschlussfunktion, die das Aufladen meines iPhones während der Nutzung ermöglicht. Insgesamt ist dies ein ausgezeichnetes Paar Kopfhörer, das ich jedem empfehlen würde. Ich habe das 2er Pack In-Ear-Kabel Kopfhörer für iPhone gekauft und war begeistert von der hervorragenden Klangqualität. Das Mikrofon und die Lautstärkeregler sind sehr praktisch, um meine Anrufe und Musikwiedergabe zu steuern. Die Ohrhörer passen perfekt in meine Ohren und bleiben während des Sports und Laufens stabil. Ich bin auch zufrieden mit dem Lightning-Anschluss, der eine schnelle und einfache Verbindung mit meinem iPhone ermöglicht. Insgesamt ein tolles Produkt zu einem vernünftigen Preis. Ich empfehle es jedem, der auf der Suche nach hochwertigen In-Ear-Kopfhörern mit gutem Preis-Leistungsverhältnis ist. Ich habe diese In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon und Lautstärkeregler für mein Smartphone gekauft und ich bin beeindruckt von der Klangqualität. Die Ohrhörer passen perfekt in meine Ohren und das Kabel ist lang genug für meine Bedürfnisse. Der Klang ist klar und scharf und ich kann jeden Ton hören. Das Mikrofon funktioniert einwandfrei, wenn ich Anrufe tätigen oder Musik pausieren möchte. Ich kann diese Kopfhörer jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem erschwinglichen und qualitativ hochwertigen Kopfhörer ist. Ich habe die HL-Shing In-Ear-Kopfhörer für mein iPhone gekauft und ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Der Klang ist hervorragend und das Mikrofon funktioniert einwandfrei bei Anrufen. Die Lautstärkeregler sind sehr praktisch und ich kann die Lautstärke schnell und einfach anpassen. Außerdem passen die Kopfhörer perfekt in meine Ohren und fallen nicht heraus, selbst wenn ich Sport treibe. Ich empfehle sie allen iPhone-Besitzern, die auf der Suche nach hochwertigen Kopfhörern sind. Ich habe mir diese In-Ear-Kopfhörer für mein iPhone gekauft und bin sehr zufrieden damit. Sie sind sehr einfach zu bedienen und durch die MFI-Zertifizierung auch vollständig kompatibel mit meinem iPhone. Der Sound ist fantastisch und die Ohrhörer sitzen bequem im Ohr. Außerdem ist das Mikrofon von guter Qualität, sodass ich problemlos Telefonate führen kann. Die weiße Farbe sieht auch sehr schön aus und passt perfekt zu meinem iPhone. Ich würde diese Kopfhörer jedem empfehlen, der auf der Suche nach hochwertigen In-Ear-Kopfhörern für sein iPhone ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.